Also ich habe auch ein Buch geschrieben, das handelt generell von der Brennnessel, also nicht nur die Fasergewinnung, sondern es ist ja eine Nahrungsheil- und Faserpflanze, heißt es ja auch. Ich habe da von der Kunst, Mythologie als Heilpflanze alles, was ich finden konnte, beschrieben und auch die Faseraufbereitung und die verschiedenen Techniken. Es gibt nämlich einige Techniken, wie man die Fasern aufbereiten kann, das habe ich hier alles auch mit vielen Bildern beschrieben. Genau, wer ein bisschen geschickt ist, kann es damit gut lernen. Ansonsten empfehle ich auch meine Seminare, wo ich zeige. Und ja, ich hoffe, ihr befreundet euch an mit der Brennnessel. Also es ist die beste Pflanze, die es gibt. Wer das Buch gelesen hat, der weiß das. Sie muss sich wehren mit ihren Brennhaaren, weil sie so gut ist, sonst wäre sie längst weg. Und wenn ihr euch mit der Pflanze beschäftigt, wisst ihr das.